Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial am heutigen Mittwoch. Ja, wir hatten bereits mehrfach darüber gesprochen, was der kommende Winter 2020, 2021 bringen könnte. Heute schauen wir uns mal ein Update an vom Wintertrend 2020, 2021. Steht uns ein warmen Winter bevor oder vielleicht doch noch ein kaltes Winter? Da haben wir noch Hoffnungen für die Winterfreunde und da schauen wir uns gleich mal den Wettertrend an vom amerikanischen Wetterdienst NOAH, vom CFS-Modell von der NOAH und dann auch mal vom deutschen Wetterdienst. Und ich hatte euch versprochen, vor zwei Tagen, es gibt bei uns ein Gewinnspiel und zu gewinnen gibt es zehn Wetterstationen. Und diese Wetterstation schauen wir uns gleich am Ende von diesem Video mal etwas genauer an. Und so eine Wetterstation wäre ja genau das Richtige, um einfach mal im Winter nachzumessen, die Außentemperatur. Wie ist es denn gewesen? Gab es tatsächlich einen eher warmen Winter oder eher einen Kaltwinter? Doch dazu am Ende von diesem Wettervideo mehr. Zunächst mal der Blick auf die aktuelle Ensemble-Vorhersage bis zum 20. November. Und wir gucken uns das Ganze mal an für den Osten Deutschlands. Und das hier ist diesmal die 2 Meter Temperatur und die liegt eigentlich in den kommenden Tagen relativ konstant. So bei 10, 11, 12 Grad zum Wochenende wird es mal ein klein wenig wärmer. Aber dann beginnt das große Rauschen. Also das große Rauschen beginnt vor allen Dingen nach dem 15. November. Bis zum 15. November ist die Sache ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Da gibt es im Grunde kaum Ausreißer, eigentlich überhaupt keine Ausreißer. Die Wetterlage ist relativ klar. Aber dann wird es wirklich undurchsichtig. Dann beginnt das große Rauschen. Wie gesagt, einige Berechnungen sehen eher warme Temperaturen bis zu 10 Grad plus weiterhin. Aber es gibt auch die ersten Berechnungen, die gehen deutlich in den negativen Bereich. Teilweise Einlauf bis zu minus 10 Grad in 2 Metern Messhöhe. Und das wäre dann wirklich schon ordentliche winterliche Kälte und dazu stellenweise auch Niederschlagssignale. Und da kommt es natürlich darauf an, wer setzt sich durch. Die kalten Läufe oder eher die warmen Läufe. Je nachdem wird es dann natürlich Schnee oder eher Regen sein. Dann noch der Blick hier auf die Ensemble-Vorhersage mal für den Westen Deutschlands. Und auch hier sehen wir, zunächst bleibt es so um die 10, 11 Grad in den kommenden Tagen. Dann aber wie bereits angekündigt, wird es zum Wochenende nochmal richtig warm werden. Temperaturen teilweise 15 Grad und darüber. Also so eine richtige Warmluftdüse erreicht uns nochmal im Westen Deutschlands. Ungewöhnlich hohe Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Aber auch dann gilt im Westen später, es wird langsam kühler. Und nach dem 15. November haben wir auch hier Chancen auf Abkühlung. Einzelne Modellberechnungen sehen auch hier frostige Temperaturen. Temperaturen unter 0 Grad, aber deutlich gedämpfter als eben noch im Osten. Da waren ja teilweise bis zu minus 10 Grad zu sehen. Hier ist bei knapp minus 5 Grad Schluss. Und auch die Mehrheit liegt hier deutlich eher im positiven Bereich. Und im Mittel landen wir irgendwo so um die 5 Grad nach dem 15. November. Und auch im Westen gilt, es gibt kaum noch Niederschlagssignale. Es bleibt anfangs komplett trocken. Danach gibt es ein paar leichte Niederschlagssignale. Und was darunter kommt, das dürfte wahrscheinlich meist Regen sein. Sollte sich wirklich die Kälte durchsetzen, dann könnte es auch mal Schneeregen oder Schnee bis in tiefe Lagen sein. Doch nun mal der Blick auf den aktuellen Monatstrend für den Monat November. Ja, und der November soll weiterhin rund 1 Grad zu warm ausfallen bei uns in Deutschland. Verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Vielleicht sogar im Südwesten hier bis zu 2 Grad zu warm. Über Nordeuropa und Osteuropa auf jeden Fall 2 bis 3 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Das zumindest sagt aktuell der amerikanische Wetterdienst NOAH voraus. Und zwar mit seinem CFS-Modell, dem Climate Forecast System. Nochmal der Hinweis, NOAH heißt der Wetterdienst der USA. Und CFS ist sein Wettermodell, das Climate Forecast System. Weiter geht's in den Dezember. Und wir sehen, auch da könnte es deutlich wärmer werden als im Klimamittel. Vor allen Dingen über Ost- und über Nordeuropa bis zu 3 Grad wärmer als das Klimamittel. Bei uns hier in Deutschland rund 2 Grad wärmer als das Klimamittel. Und hier im Südwesten Europas, ja, da können wir mit einer Abweichung rechnen von bis zu 1 Grad über dem langjährigen Klimamittel. Und nun wird es ein bisschen spannender Richtung Januar. Das ist die aktuellste Berechnung vom 24. Oktober bis 2. November. Dieser Bereich hat alle CFS-Läufe abgegriffen und einen Mittelwert gebildet. Und wir sehen, der Januar 2021 soll nicht mehr ganz so warm werden, wie vor einigen Tagen noch berechnet. Da war ja teilweise über Osteuropa eine 4 bis 5 Grad Abweichung zu sehen. Nun maximal noch 3 Grad zu warm und bei uns in Deutschland nur noch 1 bis 2 Grad zu warm. Die 1 Grad Abweichung hier im Südwesten und Süden des Landes, die 2 Grad Abweichung Richtung Nordosten des Landes. Also hier hat sich schon ein klein wenig getan. Die ganz große Wärme ist erst mal wieder rausgerechnet worden aus dem Hochwintermonat Januar. Aber vielleicht macht es ja Hoffnung. Wir werden uns natürlich in den kommenden Tagen das Ganze weiter anschauen, wie sich dieser Wintertrend weiterentwickeln wird. Und zum Schluss noch der Blick auf den Februar 2021. Und wir sehen, da bleibt es eher bei einem sehr warmen Monat. 3 Grad zu warm bei uns in Deutschland. Im Westen bis zu 2 Grad zu warm. Und über Osteuropa teilweise 3 bis 4 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Ja und das Ganze mal gesehen von Dezember bis Februar im gleitenden Mittel über alle 3 Monate hinweg. Und demnach sieht es bei uns in Deutschland nach einem 2 Grad zu warmen Winter 2020, 2021 aus. Und damit nicht ganz so warm wie der vergangene Winter. Denn der vergangene Winter 2019, 2020, der war 4 Grad wärmer als das Klimamittel. Das war der zweitwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Und davor waren eigentlich alle Winter wärmer als das Klimamittel. 2015, 2016 3,4 Grad zu warm. 2016, 2017 ging. Da waren es nur 0,8 Grad. 2017, 2018 1,3 Grad und 2018, 2019 2,6 Grad. Und der kommende Winter, der könnte wahrscheinlich irgendwo eine Abweichung bringen von 2 Grad über dem langjährigen Klimamittel. Und das hier ist noch die Winterprognose vom Deutschen Wetterdienst. Und zwar auch hier sind die Temperaturabweichungen dargestellt im Vergleich zum Klimamittel 1997 bis 2017. Und wir sehen hier einen leicht zu warmen Winter in Deutschland. Gerade mal so, ich würde mal sagen, 0,5 Grad zu warm. Im Nordosten auch mal bis zu 1 Grad zu warm. Also keine große Abweichung. Allerdings beziehen wir uns hier auf das sehr milde Klimamittel 1990 bis 2017. Und da sollen wir noch leichter rüberlegen. Also insgesamt wahrscheinlich auch nach der Berechnung vom Deutschen Wetterdienst ein recht milder Winter. Aber das heißt natürlich noch gar nichts. Natürlich kann es trotzdem auch mal im Winter Phasen mit Eis und Schnee geben. Nur gemittelt über die gesamten drei Monate soll auch hier nach der Winter leicht zu warm ausfallen. Ja und das war es auch schon vom Wetter hier bei wetter.net. Und nun der Blick auf die Wetterstation, die ihr gewinnen könnt. Eine von zehn Wetterstationen gibt es ja zu gewinnen. Und ich habe sie mal für euch ausgepackt. Und da ist auch die Wetterstation. Und ja, sehr interessant ist hier der Modus. Man kann verschiedene farbliche Hintergründe wählen. Blau oder Rot oder auch wechselnde Farben. Die Wetterstation passt sich teilweise auch farblich an den Außentemperaturen. Wird es also kälter, dann wird sie blau, wird es wärmer, wird sie rot. Man kann aber auch eine feste Farbe einstellen. Und man kann, wenn man das möchte, auch immer wieder eine Wechselfarbe auswählen. Ja und die Wetterstation, die misst die Innentemperatur, die Luftfeuchte im Raum, im Haus. Das ist ja gerade im Winter sehr, sehr sinnvoll. Da hat man oftmals die trockene Heizungsluft. Und wenn man merkt, es wird zu trocken, dann mal schnell das Fenster aufreißen und mal kräftig, aber kurz durchlüften. Und schon ist die Luft vielleicht mal wieder ein bisschen feuchter. Ist auch angenehmer für die Schleimhäute. Und natürlich kann die Wetterstation auch die Außentemperatur messen. Und dafür haben wir hier diesen Außentemperatursensor. Den einfach draußen aufhängen. Natürlich nicht bitte in die pralle Sonne hängen, sondern ein schönes, ruhiges, schattiges Plätzchen suchen. Da kann er am besten messen. Er misst die Außentemperatur und auch die Luftfeuchtigkeit draußen. Alles mit dabei, alles dabei in diesem Wetterpaket. Das wird zehnmal verlosen für zehn Personen. Und was müsst ihr tun? Geht einfach mal auf Facebook, auf unsere Wetter.net-Seite. Den Link habe ich unten hier reingesetzt. Und dort gibt es den Gewinnspielpost. Und diesen Gewinnspielpost müsst ihr einfach nur einmal liken und einen Kommentar hinterlassen. Ja, und in diesen Kommentar schreibt ihr einfach mal rein, was ihr gerne so hättet, was eine Wetterstation für Parameter messen sollte. Was sollte sie noch messen können? Das aber mal reinschreiben und nicht vergessen, auch den Post zu liken. Und hier unten, wie gesagt, ist der Link zum Gewinnspiel und auch der Link zur TFA-Webseite. TFA, das ist der Sponsor unserer Wetterstation. Daher kommen diese zehn Wetterstationen. Und hier runter gibt es auch noch den Link zur Facebook-Seite von TFA. Besucht doch einfach mal die Webseite von TFA. Und guckt mal, da gibt es auch noch weitere nette Produkte rund um Wetter und Klima. Und da ist sicher für den einen oder anderen auch etwas dabei. Ja, das war es vom Wetter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.